Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Hexit, dem Mod Pack für Minecraft. Mit dabei wieder, man sieht es hier ganz oben groß stehen die Nanimids, hallo Nanimids. Hallo. Und wir haben das Ganze jetzt ein bisschen sacken lassen hier, die ganze Action. Und ich bin immer noch bei meinem Plan, ich baue mich hier erstmal raus. Ich will ein Lager erstmal bauen. Eins, zwei, drei, verdammt, ich bräuchte sowas wie eine Schippe. Du weißt, dass wir hier eigentlich erst noch so ein bisschen auch forschen könnten, theoretisch? Ja, das war dann ja dann der nächste Plan. Aber ich habe kein Holz. Haben wir Holz in der Truhe? Nee, leider nicht. Ich habe ein bisschen Holz, aber jetzt nicht viel. Ich muss bloß eine Schippe bauen. Warte. Warte. Ich habe doch hier noch Backpacks. Ach Mann, geh weg. Nee, da ist nichts drin. Und da habe ich auch nichts drin. Oh, du hast hier gerade was reingepackt, oder? Nee. Eisgranaten. Meine Güte, was es hier alles so gibt, voll krass. Dankeschön. Bitte schön. Ja. So am Stand? Ja. Hüpp, 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 hüpp. Eins, zwei, drei. Oh, wir sind schon an der Oberfläche. Juhu. Uns ist dunkel. Aber lauf hier nicht geradeaus weiter, sonst fällst du direkt wieder runter. Hm. Ähm, wo hatten wir ja eigentlich unser riesen Ding gebaut? Da drüben. Hätte ich mal um? Da drüben. Da. Ach da. Cool. Ach ja. Ich und meine Orientierung. Guck mal, ich habe Optifine drauf. Ich kann zoomen. Hüpp, und da brechen die Frames ein beim... Nee, halt. Doch nicht. Ist das normal, äh, bei Optifine, wenn ich dann zoomen drücke, dass dann die Maus sich langsamer bewegt? Ja, ne? Ja, das ist normal. Okay, das sieht so merkwürdig aus. Ist aber auch angenehmer. Wenn das so schnell gehen würde, würdest du das glaube ich... Ja, da gehst du krachen. Juuuut. Backpacks wegpacken halt. Der eine, der war voll, äh, leer. Der war voll leer. Ah. Ah ne, gib die doch nochmal her. Ja. Will die Backpacks nämlich erstmal vollpacken. Dup, 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 dup. Aluminium Kies. Aha. Ja. Ich hab mal ausgebuddelt. Huch. Obwohl, dein Brot können wir ja drinnen lassen. So, okay. Hüpp, hüpp. Ähm, da ist der Ausgang. Oh, 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 oh. Das noch rein. Ich hab mal alles mitgebracht. Aufgezeichnet. Und dann... Ein bisschen Steine wär gut. Und dann... Und die Geräusche bei dir im Hintergrund. Ja, das ist meine Mieze Katze. Die guckt gerade aus der... aus dem Fenster und sieht da irgendwelche Vögel und jawult die an. Ach so. Mach die gerne. Meine große ist jetzt grad nicht da. In zwei Wochen haben wir eine kleine wieder. Fragt sich nur warum. Ähm... Da hat die Katze wohl nicht aufgepasst. Doch. Doch. Nein, wir hatten ähm... schon immer zwei. Also Minkuns. Einrassige. Ja. Ich hab eine zweitrassige. Eine zweitrassige. Gab's da keine Papiere zum Züchter bei zweitrassigen? Ne, es ist auf jeden Fall ein Mischwerk. Okay. Ne, wir haben... Einrassige war mir auch wichtig. Weil, ähm... Jede Rasse hat so ihren... Ja, typischeren Charakter. Riff bei Minkuns 1a zu. Äh, wo wollen die zu unserem Eingang verfügen? Jürgen. Jürgen. Oh Mann! Ähm... Ich kann mich nur noch mal wiederholen. Ich und Orientierung. Und... Ähm... Ja... Die eine Mieze musste vor ca. einem Jahr operiert werden, weil sie sich den Oberarm gebrochen hat, als sie in die volle Wanne, also Badewanne gefallen ist und, ähm... Nicht mehr so schnell rauskam, wie sie es gerne wollte. Oh. Hat sich verkralt und dann halt den Arm gebrochen. Wurde operiert. Und... Hat aber dahinter noch viel rumpeln müssen. Mhm. Und hat vom Arzt dann, ähm... Ja... Schmerzmittel bekommen. Oder ich sollte sie ihr geben. Ihnen geben. Und... Ja... Man traut dann dem Arzt ja doch schon. Was er sagt. War dann aber nicht so gut. Mhm. Also am fünften Tag hat meine Katze nicht mehr gefressen. Oh. Und hat sich nur noch übergeben. Wir sind dann auch direkt zum Arzt, weil sie dann schon... Er schon lethargisch war. Und dann meinte, oh, das wird schon wieder. In der Nacht ist er gestorben. Der Notfalltierarzt der Stadt hatte nichts besseres zu tun, als sich grad mal von seiner Praxis fern zu halten. Ja, das Problem, das ist bisher bekannt. Also nicht nur bei euch. Das ist allgemein anscheinend bei Nottierärzten so. Ja, ich geh dann mal weg. Ich geh mal nicht ans Telefon. Das Schlimme ist, ähm, ich hatte vorher noch mit dem telefoniert. Bei mir, ähm, der Kater an sich da schon komisch vorkam. Und es war mir einfach zu heiß. Mhm. Bin da lieber übervorsichtig. So, ich bin wieder da. Und... Yay. Ich hab nur vier Fackeln. Oh, Creeper, Creeper, Creeper. Ach, naja, der kleine Creeper da. Rums. Ähm. Na, auf alle Fälle, ähm, war der halt dann nicht da. Und der Arne Kater ist halt dann auf der Treppe zu seiner Praxis, ähm, gestorben. Das ist natürlich auch super Werbung für den Arzt, ne? Ich verkneife mir grad den Namen zu sagen, auch wenn ich gewillt bin, es zu tun. Ich kann's mir vorstellen, aber... Macht man nicht. Drück's dir weg. Ähm, ja, das macht man nicht, ne. Ich bin da zu gut erflogen, als dass ich das tun würde. Ich hab keinen Fackeln. Ich hab nur noch vier. Ich hab aber extra grad Kohle eingesammelt. Das ist gut. Ähm, ja, sind halt dann am nächsten Tag zu unserem regulären Tierarzt gegangen, haben das mit dem Tier. Mhm. Ich natürlich Tränen überströmt, wie das bei einer Frau so ist. Und er fragte dann schon, was passiert sei und hat's dann auch schon gesehen und meinte, er lässt sich was einfallen. Er hätte das nicht gedacht, weil das wohl nur bei einem von tausend oder von zehntausend Fällen passiert, dass das Tier eine allergische Reaktion darauf hat. Hm. Und er lässt sich was einfallen. Das ist jetzt zweieinhalb Monate her. Wir stehen auch seitdem, nach wie vor hier unten ist eine Kiste, in permanentem Kontakt zu ihm. Und er möchte uns halt jetzt, oder das heißt möchte, und hier ist ja auch versichert, ähm, er gibt uns da halt jetzt eine andere Mütze. Auch vom Züchter. Okay. Okay. Ah. Und hier. Na gut, okay. Zumindest ein Deal. Ja. Auch wenn nicht so. Die sind ja auch nicht unbedingt preiswert, dieser Katzen. Ja, das ist richtig. Vor allem die reinrassigen Main-Kuns, die sind natürlich, ähm, wie viel bezahlt man da? 800? Nee. Nicht so viel? Also bei uns in der Gegend ist es teuerste 700. Ja, aber das war doch auch schon gut geschätzt. Meine Eltern, die haben auch eine, die haben glaube ich auch so 600, 700 mindestens. Ja. Und kommt ja auch auf die Farbe an, wenn das jetzt so eine Schneeweiße ist zum Beispiel, ja. Ja, das ist das Problem. Der Karte, der gestorben ist, der war, ähm, ja, so rot-weiß. Es gibt eine genaue Bezeichnung für die Farbe, aber ich weiß nicht gerade nicht. Rot-weiß. Fuchs-Blau. Red-Chabby-irgendwas-Blau. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ja noch das Scheibchen da, das große. Die sind mittlerweile fünf. Die verträgt auch alles gut. Und... Entschuldigung. Ich wollte dich nicht unterbrechen, denn... Alles gut. In einer schönen Geschichte. Ah, schön. Ähm... Ja, okay. Ja, in einer schönen Geschichte. Mensch. Jetzt brauche ich für die Folge, brauche ich dann ein super trauriges Thumbnail. Oh. Ja, damit die Leute gleich mal vorgewarnt sind, hier an mich einschalten, weil... Ja. Ja, ich mache... Ja. 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 Bei Menschen kann man das nicht so einfach machen, wie mit Tieren. Und ein Tier darf man ja auch einschläfern, bla bla und so weiter, aber... Wenn es Schmerzen hat, dann ist das auch gerechtfertigt. Ja, oder wie einer Wellensittich, der ganz edeltig verkrebelt ist. Ja, war schon immer ein bisschen krank, das Tier. Aber wir haben uns gedacht, nee, also war schon immer so der Gedanke, naja, irgendwann, früher oder später, werden wir den Vogel schon mal einschläfern lassen. Wir haben uns dann aber gedacht, wir lassen den jetzt noch eine ganze Weile leben, solange wir ihn durchhalten. Dann kann er noch lustig rumflattern und piepsen und so weiter. Und in einem Tag bin ich dann aufgestanden, Frühschicht, und dann lag dann der Vogel im Käfig unten auf dem Boden mit, ich will es nicht so genau beschreiben, aber es war eine spastische Zuckung wahrscheinlich. So habe ich den Kater gefunden, im Katzenklo, mit Zuckungen. Ach, aber geil. Schön ist es nicht. Also ich weiß in etwa, was für einen Anblick du da hattest. Nur bei einer 11-Kilo-Katze ist das dann nochmal was anderes. Ja. 11-Kilo-Kater, der auch nicht ausgewachsen war, muss ich dann zusagen. 11-Kilo, ey. Drölfzig. Ja, mein Weibchen ist jetzt auch bei 10 Kilo. Aber das ist normal für die Rasse. Die größte Rasse, die es gibt. Äh, gleich nach den ganz großen Katzen. Ja. Wenn man so einen Zufall findet. Oh, die möchte man noch nicht als Hauskatze haben. Außer man heißt Siegfried und Roy. Und will sich beißen lassen. Ähm. Ey, er behauptet ja immer noch, er behauptet immer noch, dass er nicht gebissen wurde, sondern ja, er wurde wohl gerettet. Ja, ja. So wie es die Mutterkatze auch macht mit ihren Kindern, so am Nacken packen. Hm. Bisschen zu sehr gepackt, ist klar. So, was machen wir nun? Der Sinter dachte ich noch nicht durch gewesen. Es gab auch noch andere Wege. Stimmt. Also zurück. Binden wir nun umschlüssig, ob wir ungefähr unbedingt hier rein müssen. Wir können hier auch woanders reingehen. Ähm, na, wer war ja der eine Weg, den ich dann zugebaut habe vor lauter Panik. Das ist wieder so ein Ding. Ja, guck mal. Das Ding. Was ist das? Das ist eine Seele. Das ist von so einem, von dem kribbeligen schwarzen Viech. Was? Was uns in unserer letzten Aufnahme ständig getötet hat. Okay. Das ist natürlich blöd, dass dann... Das kommt bei der Sichel rum. Ach so. Das ist jetzt natürlich, heißt das jetzt, dass der immer noch hier irgendwo rumschwirrt. Wir haben ihn nicht getötet. Ja, aber ich dachte, die Gegner und die spawnen auch. Ich weiß nicht. Unten ist dunkel. Genau darunter konnten wir noch. Mal Licht. Ich habe eine Fackel. Ah, 30. Druckplatten. Hier sind nicht reingehen. Das sind zwei Druckplatten. Es ist möglich, dass da irgendwas mit Lava gibt. Das sind auch welche. Bauen die Vorsicht selber ab. Ja, mache ich ja auch. Ich habe eine Bibliothek gefunden. Cool. Okay, was auch immer die Schalter bewirken sollten. Da war nichts. Kann doch sein, dass hier vorher mal Türen waren oder so. Also was habe ich in einer alten, anderen Dungeon-Saal gefunden. Okay. Und, ähm, was mir jetzt hier gerade einfällt. Das hier ist der Panic Room. Hier drüben reingebaut. Mhm. Okay. Bucht. Ähm. Da habe ich auch bei anderen schon gesehen, dass hinter Bücherregalen. Was versteckt das? Unglaublich gern. Ja. Okay. Und hier drüben sind ganz viele Bücherregale. Hüben und drüben. Ich gucke mal mir das Bücherregal an. Ich mache erst mal wieder zu. Tup, tup, tup. Hey, Zombie gefunden. Na, du. Max, kuschelst. Kleine Zombie. Ja. Ich will auch den Zombie angucken. Das sind mehrere. Oh, die kommen ja gar nicht an uns ran. Ja, das habe ich mit, ich habe ja gerade mit Absicht zugebaut. Ach so. Ja. Dann baue ich mich mal mit Absicht ringsrum. Wir können auch erst mal hier drüben reingehen. Ich habe hier extra aufgeladen. Ja, Moment. Das ist schon wieder geknommen. Ich habe das Gefühl, da ist ein Spawner. Ja, wird bestimmt einer sein. Ähm, scheiße, hab kein Licht. Mal wieder. Ja, da sind noch zwei Creeper. Und ein Skelett. Und hier in der Ecke ist eine Kiste. Oh, cool. Wann ich nicht rankommen? Aber ich. Ah, Fleisch und Melonen und Brot. Der Creeper steht neben dir und will explodieren. Und ist explodiert. Na dann, würde ich mal sagen. Geht los. Noch mal Licht. Ups. Noch einer. Den habe ich so nicht kommen sehen. Oh, fuck. Ich habe ja Hunger. Dann werde ich mal schnell mich verdrücken. Ich höre Lava. Ich würde hier nicht mehr so viel explodieren lassen. Meinst du? Ja, ich höre hier exzessive Lava. Oh, 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 oh. Oh. Ich weiß aber nicht, was man mit dem Schild anfangen soll. Außer, dass man es dann in die Hand nimmt, zu verteidigen. Oh, ein Red Backpack. Red Big Backpack. Big Red Backpack. Weil da ist noch ein Stamenship Special Perk. Verdammt. Das ist cool. Deswegen gebe ich mal dir, weil ich ja dieses andere da habe. Ähm, musst du dir unten ins Inventar legen? Da war nichts drin mehr drin. Weiter. Dieses Schild unten ins Inventar legen. Ja. Auswählen. Und einen Rechtsblick machen. Dann kriegst du unten automatisch mehr Schutz. Und Viecher können dich, solange du diesen Extraschutz hast, nicht erwischen. Also die können schlagen, aber du kriegst keinen Schaden. Das ist eine coole Sache. Na, ich probiere es mal aus. Aber ich habe jetzt erst mal ein dickes Backpack. Oh, hier hinten ist vorhin auch ein Loch. Hui, ui, ui, ui. Das ist so groß wie zwei. Wie eine Doppelkiste? Jo. Ganz genau. Hier geht es irgendwie runter. Irgendwie ist gut. Ja, ich habe hier gerade... Hier war... ...dass Holz. Ähm. Lol. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man hier runter gehen soll. Ich nehme mal an, nein. Ich weiß nicht, da kommt ein Skelett. Geh mal einfach oben lang. Au. So ein Headshot. Es brennt. Komm her. Kleines Skelett, komm her. Ja. Na, komm her. Komm jetzt ran hier, Mann. Du blödes, dummes, kleines Skelett. Skelettartiges. Jetzt komme ich zu dir runter. Mir doch egal. Hm. Kju. Ja, hier unten ist nichts mehr weiter. Aber hier geht noch, äh, geht es ganz schön höhlich weiter und ganz schön tief. Ja, ja, hier drüben auch. Aber ich mag nicht unbedingt reingehen, weil ich kenne mich. Ich verlaufe mich. Na, ich erst. Junge, Junge. Oh, Kohle. Du hast kein Licht? Ne, ich bin ja... Dankeschön. Bitte schön. Sehr lichtlos. Ja, da unten ist Licht. Machen wir mal ein bisschen den Balkon. So. Da unten ist Licht. Lava vielleicht? Lava. Höchstwahrscheinlich. Was sollst du jetzt sonst? Bist du so einladend aus? Einlabahand. Bist du jetzt schon runtergesprungen? Nö. Hier drüben scheint eine Treppe runterzuführen. Hm. Eine gebaute Treppe. Hm. Ja, okay. Äh, ich meine, Treppen wachsen schlecht in der Natur. Ja, so eine natürliche Treppe ist wirklich was. Ja, natürlich ist der Lava. Ja. Und da sind Diamanten. Oh. Und da geht es noch weiter runter. Aber nicht weit. So viel zum Thema. Wir wollen das Ding befreien, ja? Ja. Oh, hier ist so viel Kupfer und Eisen. Wah. Wo? Kupfer, 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 Kupfer. Oh, natürlich ist hier Lava. Soll ich die mal stoppen? Kannst du? Äh, geh kaputt, hast du mal das komische Ding da? Die hat's hab ich jetzt schon mal. Ist ja gut. Ja. Und zack. Was hab ich denn da jetzt dran platziert? Naja, egal. Ich hab ne Fackel daneben. Weil die Lava ist gleich weg und... ...Licht und so. Hey? Irgendwie hat hier die Lava nicht auf zu fließen. Obwohl hier kein Lava-Spawn noch mehr ist. Hm? Lava-Spawn? Du meinst eigentlich Queller. Ja, das ist der Lava-Spawn. So, ist es weg. Okay, komm, wir gehen wieder ein bisschen Kohle. Ähm, ja. Bin ja schon dafür, dass wir wieder da hochgehen und tatsächlich mal den Plan verfolgen. Ja. Dito, aber erstmal will ich ja... Das kannst du Zeug sehen, Mann. Das ist so fies. Guck mal, Erz. Dann sieht nur ein kleines bisschen was und dann ist dann immer so viel und das muss man alles mitnehmen. Das muss natürlich... Natürlich. So, oh Gott. Du hast es natürlich gut mit deinem Mega-Sprung-Ding. Ja, weil ich halt auch keinen Fallschaden kriege. Deswegen bräuchten wir eigentlich mal ein paar Hühnchen für dich. Oh, da oben sprachen wir schon. La-Pis-La-Zuli, oh mein Gott. Ich will dann auch mal gerne... Oh. Ähm, ausprobieren. Am besten nicht gegen die Büsche springen. Warum nicht? Probier's aus. Nicht so lange ausprobieren. Durch mein Schild ist relativ wenig passiert. Aber man kann die wieder anbauen. Das ist cool. Das sind noch mehr. Ich bin grad noch mehr. Okay. Die sieht doch. Hui. Knochen. Redstone. Den nehm ich doch mal wieder mit. Weil ich hab ja so viel Redstone verbrallert. Für eine Unterwasserfackel, die nicht funktioniert. So viel war das jetzt auch nicht. Sechs Stück hab ich gebaut. Kann man eigentlich Redstone block bauen? Ja. Aber Mist, da brauchen wir natürlich ne Bastelbox für, ne? Ja. Ach, wie blöd. Mal wieder rüber. Na hoch. Na hoch. Na, ich möchte nie nicht da... Du hast ja den Weg reingebaut. Ja. Schau mal jetzt. Das ist irgendwie falsch. Wir sind hier runter. Und dann... Hier hoch. Hier runter. Hier hoch. Da lang. Angral aus. Hui. Ah, hier gibt's ne zweite Etage. Wahnsinn. Unglaublich. Ich bin absolut begeistert. Das sind zweite Etage. Ja. Oh, da. Cool. Bin jetzt rechts rumgegangen. Wer ist jetzt? Jetzt die Treppe gefunden. Da, wo ich jetzt bin. Hier. Oh. Cool. Ja, hier, da. Dann hab ich hier gerade ein Loch gemacht. Na toll. Voll reingelegt hier. Komm mal mit. Ich will dir was zeigen. Da ist was ganz tolles. Da kriegst du 1000 HP. Schalter? Warum ist das ein Schalter? Und der Schalter hat einen Sinn gehabt. Da ist Redstone. Okay, doch. Wollte ich mal sagen, wir verfolgen den Redstone. Ja. Strom. Okay. Eine Höhle. Wood. Ach ja, wir waren im Geheimgang. Geheimgang, Geheimgang. Cool. Die Sticky Pisten ist nämlich bei ihm weg. Oh. Was war da drin? Ich will's auch sehen. Ich möcht's haben. Ähm. Was ist das? Thieves Hood. Cool. Irgendwie cool. Ja, dann... Warte mal. Was ist da noch drin? Eine Klamotte. Protection 1 und Thorns. Ne, das ist ja nicht so pralle. Aber das Diamant Sword würde ich gerne mal mitnehmen. Nimm mit. Nimm mit. Weil mein Großes geht bald kaputt. Hihi. Ich bin Batman. Ich bin so Bad Woman. Mach's. Den Rest packe ich noch ein. Haha, cool. Nett, nett. Das sieht jetzt voll... Du siehst jetzt aus wie irgend so ein Assassin's Creed Minecraft Charakter. Wunderhand. Ich hab mein Backpack in der Hand, das große. Ach so. Mhm. Aus wie ein riesen Stück Zombie Flash. Echt, ja? Ja. Hier ist ein Zaubertisch. Okay, das stimmt. Das sieht wirklich so aus. Hier ist ein Zaubertisch. Wir können Zaubertisch und so. Oh mein fucking Godness. Oh, wie ist denn das? Da steht ja richtig da, was das ist. Das ist gar nicht vor... Ich bin abgeschmiert. ...blat. Du bist abgeschmiert? Wo bist du? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich bin abgeschmiert. Du bist bei mir noch im Spiel. Ich bin irgendwie raus. Ne, mein Minecraft ist gecrashed. Kick. Wäre eventuell eine Möglichkeit, eine Koffe Kaffeepause einzuschmeißen. Oh. Warte mal. Ich versuche dich gerade zu kicken. So, jetzt habe ich dich gekickt. Du könntest theoretisch wieder scheunen. Oh, was schwört denn hier dieses blöde Kaka... Ich hab mein... Ich hab mein Schwert gerade verdoppelt. Wie hab ich denn das gemacht? Da dürfte auch mein Schwert irgendwo noch sein. Ach so, dann habe ich da hängst gerade mit eingesammelt. Okay. Das habe ich da nämlich reinlegen wollen, eigentlich. Mhm. So, was nehme ich denn da? Was ist denn da? Ganz cool. Knockback ist ja ganz toll. Ich höre... Wie lange ist denn die Aufnahme? Die ist jetzt 23 Minuten. Okay. Das heißt, wir könnten hier tatsächlich gleich Schluss machen. Ich will... Was ist denn jetzt hier cool für ein Schwert? Sharpness oder Knockback? Du kannst mehrere Sachen draufschmeißen. Knockback ist sehr schön bei Creepern. Hm, das stimmt. Und Sharpness an sich sehr gut. Ja, eben. Sharpness... Sharpness 5, Level Coast. Ach so, cool. Ey, das ist ja hammergeil. Die kann man dann in richtige Level-Abstufungen machen. Möglich? Ja, Sharpness Level 5 kostet 20 Level. Knockback... Dann noch Knockback Level 1 dazu kostet 26 Level. Cool. Und dann jetzt E oder R. E Erase und R Reset. Und ja, du hast dein Schwert. Ja, kriegst du gleich wieder. Ah... Wait. Wenn ich das jetzt da reinpacke... Ah, schade. Nee, geht nicht. Hier schwurzt es gerade rum. Ja. Wird um dich herum. Du bist doch in die Kiste. Kann ich da rausnehmen. Ah, Kiste. Ist aber gut. Nee, Mensch, das kriegst du nicht. Aber du kannst gerne das Große dann nehmen. Nee, ich passte mir meins wieder zurecht. Obwohl Fire Aspekt natürlich auch... Das packe ich mir dann als nächstes drauf. Wollen wir uns hier ja häuslich einrichten, ne? Dann können wir das direkt krisen lassen. Dieses böse Minecraft crasht immer, wenn ich zaubern möchte. Echt jetzt? Ja. Das hab ich schon mal gehabt. Und dann hab ich nicht mehr gezaubert mit Absicht. Das crasht. Das ist natürlich blöd. Gib mal dein Schwert her. Danke. Ein volles Error-Report hat gespastet. Okay. Ich helfe den Error-Report. Beginn ein Error-Report. Äh, 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 äh. Ja, ja, es war das Enchantment. Blöd das. Das ist natürlich jetzt unschön. Ich markiere uns mal den Weg mit Couplestone. Hm. Wär schön, wenn du meinen Schwert... Ach nee, Level. Das geht leider nicht. Aber meine Level hab ich gerade alle verballert. Ah, das ist jetzt blöd. Ach, scheiß drauf hier. Das werden wir schon wieder finden. Das ist ja auch ausgeleuchtet. Die Bücherregale kann man mal noch mit abbauen. Da sind noch Kisten dahinter. Ja, da kann man nicht mehr so viel Scharm drin. Ja gut, ich werfe einen Blick dahinter. Da sind ja die Steine rundherum abbauen. Du musst dann die Bücherregale nehmen. Da ist Redstone dahinter. Also, direkter Redstone. Bla. Abbaubarer. Abbaubarer. Redstone-Stein. Nee, da ist auch nichts gewesen. Ja, auf der anderen Seite, da ist natürlich genau unser Bett. Tatsache, auf der anderen Seite ist genau unser Bett. Das ist ja auch mal geil. So, das muss gleich mal... Ernsthaft. Ernsthaft. Ohne Scheiß. Na, ich bin gleich wieder da. Ja, du bist gerade da. Ich werde auch nicht mehr zaubern. Du kannst dich auch mal umdrehen. Dann siehst du unsere Bett. Für die ganze Zeit ein Zombie. Ja, ich auch. Tatsache. Ich bräuchte mal endlich mehr. Dann können wir die Sachen inzwischen mal zwischenlagern. Ich baue ja gerade mal noch die zwei Truhen ab. So. Ich habe hier drüben die Truhe wieder geleert. Natürlich habe ich jetzt hier die Bücher einzeln in der Hand und nicht mehr das Ding. Nee, fuck. So. Trühle. Hey. Truhe. Danke. Hopp, hopp. Und? Mein Schwerf. Oh ja, das packe ich gerade in die große Truhe. Okay. Brauchst du ein Backpack? Ich kann hier ein Backpack noch reinpacken. Ein kleines grünes. Ein kleines grünes Backpack. Ähm, ähm, ähm. Ich habe jetzt schon alles hier in die kleine Kiste gepackt. Aber du kannst es in die kleine Kiste tun. Für nachher dann zum Hochstragen. Wenn du möchtest. Aber hier gibt es bestimmt noch Wege, wo wir noch nicht waren. Das sieht alles gerade so erkundet aus. Ja, irgendwie schon, ne? Aber es geht bestimmt noch weiter runter. Da haben wir mal ein paar Bücher noch mit ein. Also, ich baue auch mal woanders noch ab. Ich gehe noch mal in die andere Richtung gucken. Hier lang? Ja. Das sieht jetzt wirklich alles so sehr stark noch erkundet aus. Hm. Ach, irgendwie ist das aber schon wieder viel zu groß und viel zu fertig gebaut. Ach, hier sind ja auch noch zwei große Truhen. So, gehen wir jetzt mal runter. Ich wollte doch so etwas eigenes bauen. So ein Mist. Können wir doch machen. Jetzt dann warst du noch anderer Meinung übrigens. Ne, ich war dafür, dass wir was erkunden, sodass Zuschauer auch ein bisschen Action hat. Okay. Wir können gerne, unglaublich gerne etwas bauen. Unglaublich. Dann werde ich mir mal ein paar Steine abbauen. Dann gehen wir uns was bauen. Ah ja, hier drunter ist nichts. Und hier können wir uns Holz mitnehmen. Du holst Holz und ich hole Steine. Diese fertig gepackten Steine finde ich toll. Wenn man die nicht selber bauen muss, ist das auch sehr praktisch. Die werden auch schön als Fundament für ein Häuske. Go recto mundo. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind keine weiteren Gegner mehr. Doch ich höre noch welche. Leider. Singen wir ein Lied. Das Meinen ist das Meinen aus Lust. Oh, Picke kaputt. Das Meinen. Die Picke. Die Picke hat das kaputt. Die Axt. Gut. Das Meinen ist das Meinen aus Lust. Das Meinen. So. Genug gesungen hier. Hier bist du vorhin relevant. Da war nix. Ich habe aber das Gefühl, dass hier noch was ist. Wir waren noch gar nicht so weit wirklich unten. Finde ich. Da geht bestimmt noch was. Hm. Diese Eisendinger wären doch eigentlich ein cooler Vorhang, oder? Hm. Aus Problem. Ich und Deko-Ideen. Hätt mir am Arsch. Okay, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ich ein bisschen noch abgebaut habe. Macht's gut. Und bis dahin. Und tschaußen. Ciao.